Hallöchen! Heute gibt es einen mini 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 Raubzug von mir. Ich habe nicht viel gekauft, aber ich fand es sind zwei Highlights dabei. Und das wollte ich mit euch teilen. Und zwar einmal habe ich mir von Alverde dieses Duschgel, Pflegedusche, gekauft. Und das ist Mandarine Vanille oder andersrum. Und auf jeden Fall, das riecht total toll. Also ich habe das schon mal gekauft und zwar in Klein für die Steffi zum Geburtstag. Und dann hatte ich da dran gerochen und ich fand das so toll, aber ich hatte nicht so viel Geld mehr, dass ich mir das auch noch holen konnte. Ja, dann habe ich mir das jetzt geholt und es sind 20% mehr drin, weil ich 20 Jahre Alverde und dann bekommt man 20% gratis dazu. Und das finde ich natürlich ganz toll. Und ja, also das ist halt... Im ersten Moment, als ich im Geschäft war, habe ich die Mandarine gerochen und jetzt bin ich unscharf. Und im zweiten Moment habe ich dann erst die Vanille gerochen und jetzt zu Hause ist es genau andersrum. Warum ist das unscharf? Erst war es unscharf, dann geht die Kamera aus. Auf jeden Fall, im Geschäft kommt einem erst irgendwie der Mandarinen-Duft entgegen und zu Hause fällt mir mehr der Vanille-Duft auf. Aber egal, es riecht trotzdem gut. Und ich freue mich aufs Duschen. Ja, das zweite Highlight zeige ich euch jetzt, weil das ist so blöd gewesen. Das Parfüm von der Made with Love von Essence. Ich habe irgendwie... Keine Ahnung. Also, als ich das zum ersten Mal gerochen hatte, hatte ich ja nicht den Verdacht, dass ich das mitnehmen müsste. Aber dann habe ich mich trotzdem irgendwie jedes Mal im Geschäft damit eingesprüht mit dem Tester, weil ich das irgendwie doch so toll fand. Und jetzt musste ich es mir doch kaufen. Also, ich bin nicht mehr drumherum gekommen. Ich habe gedacht, oh mein Gott, bald gibt es das nicht mehr, du musst es dir noch holen. Und jetzt habe ich es mir geholt. So sieht das aus, wenn man es aufmacht übrigens. Und dann holt man es so raus und dann hat man hier das. Und da ist noch so ein Dingens mit dran. Wenn einen das stört, kann man das abnehmen. Also man muss das nicht dran behalten, dann ist das halt nur so. Ich finde das deutlich hübscher. So ist es schöner. Und ja, das ist... Ich weiß nicht, wie unterscheidet man die Parfüms, die beiden? Das hier ist rosa, aber das andere auch rosa. Secret Love steht drauf. Secret Love. Das andere hieß bestimmt anders. Da steht das. Jo. Also ich musste mir das irgendwie unbedingt holen. Keine Ahnung, ich bin süchtig danach. Die haben da bestimmt irgendwas reingetan. Okay, das war das andere Highlight. Und ja, sonst habe ich keine Highlights mehr, aber... Ebelin-Watte-Pads. Nichts Besonderes. Ich hatte nicht mehr so viele und... Rasierer, aber das ist ja auch nichts weltbewegendes. Aber ich wollte euch zumindest hier drüber informieren, wegen 20%. Und dass ich doch so schosselig war und irgendwie jetzt doch das Parfüm gekauft habe. Aber ich freue mich drüber, weil ich es irgendwie sehr mag. Ja. Also ich habe eben... Kann ich euch ja gerade auch noch erzählen. Nicht, dass ihr denkt, ich verarsche euch von wegen Contest und kündige es nur und mache es nicht. Ich warte jetzt noch auf ein Päckchen. Also Preise. Und wenn das da ist, dann kommt noch das Contest-Video. Und ich gehe mal davon aus, dass ich das am Wochenende hochladen werde. So... Also Samstag oder Sonntag und dann geht's los. Ops. Jo. Ähm, ähm, ähm. Ich glaube, das war's. Ähm, was ihr vielleicht noch wissen wollt. Ich sag euch gerade mal noch die Preise. Ähm. Ähm. Die Wattepads haben je 85 Cent gekostet. Ähm, die Duschpflege 1,45. Und das Parfüm 5,95. Okay, dann wisst ihr Bescheid. Ich wollte euch noch erzählen. Ich hatte heute Deutsch. Die Klausur. Über Cassandra. Oh. Wir hatten drei volle Stunden Zeit. Also keine Schulstunden, nicht 45 Minuten oder so. Sondern drei volle Stunden. Was mache ich? Nichts wissen und nach anderthalb abgeben. Hehe. Hm. Es ist wirklich echt blöd gelaufen, würde ich sagen. Ich hab zwar die vier, fünf Blätter, die wir da hatten, beizertig vollgeschrieben. Aber irgendwie... Weiß ich nicht. Das war so... Hä? Was bist du von mir? Hm. Keine Ahnung. Ich wünsche mir Glück, dass was draus geworden ist. Ich glaub aber eher nicht. Ja. Jetzt mach ich mich an Bio. Denn... Am Donnerstag, also übermorgen, schreib ich Bio. Über... den See. Und das hört sich jetzt alle von an, aber man muss echt irgendwie viel lernen. Vor allem Begriffe, die irgendwas bedeuten. Das kann ja heiter werden. Naja. Okay. Dann belästige ich euch nicht weiter. Und wünsche euch noch eine schöne Woche. Ich weiß nicht, wann ich dazu kommen werde, das nächste Video hochzuladen. Ich hoffe aber, es wird nicht allzu viel Zeit vergehen. Okay. Dann... Ach ja, noch danke für die vielen Glückwünsche, dass ich jetzt Partner geworden bin. Dankeschön. Ich freu mich auch drüber. Ja. Okay. Aber jetzt lass ich euch einen Ruh. Tschüss. Ähm. Ähm. Ich hab irgendwie Angst, dass ich vergesse, was zu sagen. Ich wollte irgendwas sagen. Was wollte ich sagen? Ich wollte was sagen. Ich muss nur kurz was gucken. Und zwar in klein. Ich hab's vergessen. Jetzt auch. Und dann gehen... Ha. Ah. Ach ja. Ja. Ja.